...bauen geworden. Das merkt man schon ganz schön, wenn man die alten Videos von mir angucken würde. Und geschafft. Wunderbar. Es wird knapper und knapper und nur ist es gerade mal auf dem Hof noch mal in Normal-Modus. Das geht ja gar nicht. Jetzt kannst du Carrot genau. Oh ja. Und das wird schon richtig Knopf. Was ist los Carrot? Nix. So schön, du hast mich nicht ein. Oh, sei nicht so schiftern. Lass uns eine gute Partie spielen. Okay, ich werde versuchen, meine wahre Wert zu zeigen. Okay. Der Kombos bedeutet mehr Punkte. Ich hoffe, dass die anderen Karten noch kommen, so wie ich The Hero Found, The Lovers, ja. Joker und hast nicht gesehen. Die Sonne. Ja. 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 uter. medidas Protagonismus wird abonnt aufbauen. Ja. So... Dann kommen wir mal was her... Damit habe ich ein bisschen Zeit... So... Und geschafft! Wunderbar! Und er war sogar vor mir gewesen? Oh... Gott, ich kann das gar nicht sehen, ey! Ich bin die ganze Zeit auf meinem Spielwerk konzentriert! Fortune! Ich wünsche, du bist zu spät! Die Mondfestivalnis hat begonnen! Meine Craft wird komplett wiederhergestellt! Und da ich die Magical Drop besitze, ist dann Ende nah! Fortune! Du hast dir das selbst angetan! Vor Jahren verbannt er mein Kindliches ist! Muschmann hat mich jetzt reingelegt! Oh, jetzt hole ich mir zurück, was mir... Äh... ...zusteht! Äh... Aber wenigstens können die Patchen auch... ...die Patchen auch... ...sehr schnell, also... ...meistens ist es schon nach Mittag schon fertig, nach zwei Minuten oder so... ...und so schwierig... ...ist das nicht... ...und dann... ...es mag Palfe spielen... ...ist das... ...macht jetzt richtig Bock! ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...gott... ...wie schnell ist sie denn? ... ...geht ja gar nicht! Oh, ich kann nicht mal weiter bauen, das ist doof! Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen! Ja! Ja! 35 noch? Was? Wie schnell macht sie das bitte? Und das ist grad nur mal nur auf dem normalen Modus! Ah, der Runde ist scheiße! ...und dann! Sauber und dann! ...dun OREL ... ... Oh! Ah, komm! Das ist gut. Wut. Was?! Was? Das ist gut. Was? 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 Alter, du musst mich beeilen? Wirklich so schnell? Das geht ja gar nicht. Oh Gott, ich bin gleich hier verbaut. Oh Gott, ich habe das Heils für Käpt'n Wurzeln, wenn ich mich um. und schafft wunderbar gott was die war schon bei 51 erklärte ich sie in ordnung im magischen land wiederhergestellt und was meinen wunsch betrifft reden und glück was ist denn hier los das kann nicht sein dass das alle wird zu wird geworden sind ja super der bauchnabel ist ein x ja so schön nein ich will das nicht anziehen und das war's das für eine wunde gewesen aber wenigstens ist das sehr balance gewesen kann man nicht meckern aber ich meine fast dass man man bitte es war gerade nur meine normalen wird ein gegnerin des ersten spiel gegnerin von mimi zempress sie ist praktisch und unbekleidet nur ein langes wehendes todbedeckte brust und unterleid ja das stimmt eine gütige göttin die den fliehen blieb das dritte auge auf ihren stimmen wacht über das gesamte magische land eine erwachsene frau mit anziehender ausschreitungen ganz ja die hass ist als fräulein mit ihrer alters verhandelt werden sie betracht der abspannung hier jaja wird wissen was das hier betrachtet der abspannung Okay, das war's auch wieder und ja, wir haben nicht mehr so viel Charakter vor uns und man sieht sich demnächst wieder.